Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Coincheck TV mit den aktuellsten Geschehnissen auf dem Kryptomarkt. Das ist der 12. Juni Mittwoch. Der Chart, den ihr seht, ist kein Shitcoin Platz 300 auf CoinMarketCap oder so. Das ist die Deutsche Bank mit den Kursentwicklungen hier im Wochenchart zwischen 1990 und heute. Und wie ihr schon sehen könnt, 93% im Minus. So kann es einer Bank gehen, die sich gar nicht öffnet für neue Dinge und dort dann auch Verluste einfährt. Jahr für Jahr weniger Gewinne erzielt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nach Lichtenstein gehen, da gibt es eine sehr interessante Meldung, wie ich finde. Da gibt es eine Bank, darüber werden wir gleich sprechen. Die hat angefangen Retail-Investoren und größeren Investoren Kryptowährungen anzubieten. Und das hat auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Auswirkung bis jetzt für diese Bank gehabt. Darüber werden wir gleich sprechen. Coinbase hat eine Debitkarte rausgebracht, die jetzt auch in Deutschland erhältlich ist. Dann gibt es einen Indikator, der meint, dass Bitcoin noch weiter steigen könnte. Und es gibt Neues vom G20-Gipfel, wo eine neue Maßnahme ergriffen werden soll, die von Bloomberg als größte bisherige Bedrohung für Krypto und für die gesamte Kryptobranche gelten kann. Das werden wir uns anschauen. Wenn dir das Video gefällt, dann lass gerne einen Daumen nach oben da und abonnier den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Kommen wir nochmal wieder zu der Deutschen Bank. Da sieht man, wie die Banken aktuell unter Druck stehen. Also 93% im Minus. Könnte irgendein Shitcoin, wie gesagt, auf CoinMarketCap sein. Seit 2007 natürlich kam die Finanzkrise. Dann hat sich das Ganze ein bisschen erholt, aber es hat niemals wieder zu diesen All-Time-Heis geschafft. Und aktuell sind wir bei unterirdischen 6 Euro pro Aktie bei der Deutschen Bank. Und wir können in Lichtenstein was sehr Interessantes sehen, wie das Ganze auch anders ablaufen kann, wenn man sich ein bisschen öffnet, der Kryptobranche zum Beispiel sich öffnet, dann sieht man, dass man auf jeden Fall auch positive Auswirkungen da hat. Hier diese Bank, nennt sich Bank Frick in Lichtenstein, hat ermöglicht, direkt über die Bank Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Ripple, Litecoin, Ethereum, Classic, NEM, Quantum und Stellar zu kaufen. Die ganzen gekauften Sachen wurden dann in Cold Wallets gestort. Das heißt, die Leute, die da eingekauft haben, mussten sich keinen Kopf darüber machen, wie sie denn jetzt ihre Kryptowährung aufbewahren. Das ist ja jedem selbst überlassen. Normalerweise sollte jeder seine Kryptowährung selbst aufbewahren. Das ist ja so ein Zweck dezentraler Kryptowährung. Aber wenn jemand das nicht möchte und sich gar nicht damit kümmern will, dann ist das auf jeden Fall trotzdem eine coole Sache. Und was das Ganze ausgewirkt hat, sehen wir hier sehr schön. Bis Anfang 2017, das ist der organische Traffic auf der Webseite von dieser Bank, hat sich das Ganze um 900% erhöht. Also dieses Interesse für diese Bank ist komplett durch die Decke gegangen dadurch, dass sie das einfach angeboten haben. So eine ganz einfache Sache eigentlich. Kurz einer kleinen Nische, wir sind aktuell noch klein in der Kryptobranche, einer kleinen Nische geöffnet und komplett mit Gewinnen durch die Decke auch gegangen zwischen mehreren Jahren oder zwischen einem Jahr hier von 3,2 Millionen auf 6,3 Millionen US-Dollar Gewinn. Und wir können auf jeden Fall sehen, dass abgesehen jetzt vom Gewinnen oder sowas, dass dieser Traffic, dass das Interesse natürlich da ist für die Banken. Und wenn man sich gar keine Anstalten macht, überhaupt mal sowas in Erwägung zu ziehen, dann kann natürlich sowas so aussehen. Ich bin der Meinung, hätte zum Beispiel die Deutsche Bank frühzeitig vielleicht mal Kryptowährung angeboten, Bitcoin angeboten. Weiß ich jetzt nicht, ob der Kurs jetzt durch die Decke gegangen wäre, aber das Interesse einer Deutschen Bank in Deutschland wäre ja viel, viel höher, als es jetzt ist. Jetzt redet eigentlich so gut wie gar keiner über die Deutsche Bank, es sei denn, es soll ein negatives Beispiel dargestellt werden. Der Bitcoin-Kurs zieht wieder aktuell ein bisschen höher, 8.200 Dollar wieder knapp, also ist immer noch in diesem Bereich zwischen 7.500 und 8.500 Dollar. Da bewegen wir uns ja mehr oder weniger seit Mitte Mai schon, seit einem Monat, außer dieser Spike hier nach oben, wo wir bei 9.100 Dollar waren. Darüber sind wir noch nicht gekommen, aber laut dem Spend-Output-Profit-Ratio, der wieder positiv ist, könnte es bald wieder hochgehen. Der sagt nämlich aus, dass Kaufkraft bzw. die Käufer aktuell mehr Profit machen. Dieser Spend-Output-Profit-Ratio sagt halt aus, dass wir jetzt einen kurzfristigen Ausbruch gesehen haben und in der Vergangenheit war es immer so, dass es ein Start der Aufschwungsphase war. Genau diesen Durchbruch könnten wir jetzt im April beobachten, also das Ganze wird hier auch durch diesen Indikator bestätigt. Das haben wir dann im April schon gesehen, natürlich durch diesen Pump, der am 1. April war, aber das ist auf jeden Fall noch ein weiterer Indikator, dass es weiter nach oben gehen könnte. Dann eine interessante Meldung von der Tether-Seite oder Tether-Box oder Whale-Alert oder wie man das auch hier nennen mag. Gestern wurden nämlich 150 Millionen neue USDT gemintet, also neue erzeugt. Die sind noch nicht alle im Umlauf, aber die wurden schon mal erzeugt. Da kommen wieder die einen ins Spiel, die sagen, ja das Ganze ist gar nicht mit der jeweiligen Fiat-Menge gedeckelt und das ist wieder so eine Manipulation. Wir könnten wieder nach oben gepumpt werden mit Tether, die gar nicht gedeckelt sind. Da habe ich eine sehr schöne Grafik gesehen. Wenn es immer nach unten geht, das mache ich auch gerne, wenn es dann wirklich auf einer Exchange so gedampft wird, dann redet man immer von Manipulation und wenn es dann halt so nach oben pumpt, dann redet man von Organic Growth, also dass es organisch hochgeht. Aber wenn wirklich Tether das Geld nicht hat, das die US-Dollar im Hintergrund nicht hat, dann ist es natürlich auch Manipulation. Bis jetzt konnte es natürlich keiner nachweisen, aber diese 150 Millionen US-Dollar könnten bald oder in der nächsten Zeit in dem Markt gespült werden. Das hätte natürlich eine positive Auswirkung, weil das natürlich dann auch sich auf die Kurse wieder widerspiegeln würde, weil 150 Millionen Dollar neu in den Markt kommen würden. Dann kommen wir zu dem G20-Gipfel. Dort wurden jetzt verschiedene Beschlüsse entschlossen. Einer davon widmet sich Bitcoin und Kryptowährung generell und da gibt es einige Beschlüsse bzw. einige Maßnahmen, die jetzt getroffen werden sollen. Bloomberg spricht auch davon, dass diese FATF, FATF genau, dass diese Financial Action Task Force, also Arbeitskreis-Maßnahmen zur Geldwäsche-Bekämpfung, also die fokussieren sich wirklich auf Geldwäsche, die wollen halt Maßnahmen ableiten, die sollen jetzt schon am 21. Juni kommen und dort sollen vor allem neue Regeln für Exchanges gelten und die Regeln betreffen dann auch natürlich die Kunden, denn die Regel soll so lauten, dass jede Transaktion, die über 1.000 Euro ist, also 1.000 Euro überschreitet, muss die Exchange, nicht nur Exchanges, auch sowas wie Fidelity Investments, also auch für institutionelle Anleger, müssen alle Daten gespeichert werden und die getätigten Transaktionen gespeichert werden. Das heißt, da wollen diese Institutionen oder diese Maßnahmen halt dafür sorgen, dass da auf jeden Fall mehr Transparenz auf dem Markt ist. Das bedeutet natürlich auf der einen Seite für die ganzen Exchanges, dass sie natürlich viel mehr Aufwand haben werden, diese ganzen Sachen zu überprüfen, so eine Exchange wie Binance, die ja nicht für Trading erstmal an sich KYC durchführt, das heißt, man kann auch so traden, ohne KYC durchzuführen, muss dann neue Verfahren dann auch entwickeln und dann auch alles dementsprechend dann auch vermelden, wenn sowas von passiert, 1000 Euro ist keine große Summe, das passiert ja tagtäglich bei sehr vielen Leuten und da wird auf jeden Fall ein sehr großer Aufwand für die Exchanges kommen und für die Kunden, die natürlich gar nicht wollen, dass ihre Daten rausgehen, weil sie, keine Ahnung, erstmal gar nicht preisgeben wollen, dass sie gekauft haben. Für die ist es natürlich auch von Nachteil, dass da auf jeden Fall mehr Transparenz auf dem Markt ist. Von der Steuersicht ist es natürlich immer eine Sache, dass das natürlich alles natürlich der Steuerbehörde aufgezeigt werden muss, aber sowas wie Geldwäsche wird immer gerne als Grund genommen, da wirklich Transparenz zu schaffen, das will auf jeden Fall diese FATF damit bewirken. Bloomberg merkt dabei immer noch an, die Auslegung und Umsetzung dieser Vorschriften könnte stark von den zuständigen Aufsichtsbehörden des jeweiligen Landes abhängen und was immer dazu führen würde, dass jedes Land irgendwie andere Regeln hat sozusagen, das führt dann wieder zu diesem Mehraufwand für diese Exchanges, dass sie gar nicht wissen oder beziehungsweise dann wissen und dann immer mehr Aufwand haben, das Ganze dann durchzuführen. Die Frage ist dann natürlich, was passiert mit Transaktionen, die nicht über Exchanges laufen, die zwischen zwei privaten Wallets gehen, was passiert dann mit diesen Regelungen? Also die Kryptobranche ist an sich schon ein bisschen beunruhigt und weiß jetzt nicht wirklich, wie man diesen gesetzlichen Ansprüchen gerecht werden soll. Alternativ müsste ein System entwickelt werden, das parallel zu den Geldströmen auf der Blockchain läuft und diese nachverfolgen kann. So oder so würden wohl beträchtliche Kosten entstehen, die entscheidenden Folgen für die Branche haben könnten. Jeff Horowitz, der bei Coinbase zum Beispiel für die Einhaltung rechtlicher Vorgaben verantwortlich ist, sagt auch, dass das dazu führen könnte, dass mehr Transaktionen nicht über Exchanges laufen und das wird dann halt wieder dazu führen, dass die Transparenz für Aufsichtsbehörden eher verschlechtert wird. Dann haben sie wirklich das Problem, dass auch normale Leute gar keinen Bock drauf haben und das Ganze gar nicht mehr über Exchanges dann irgendwie machen, sondern irgendwie dezentrale Exchanges. Da frage ich mich auf, wie soll das über dezentrale Exchanges gehen? Wie soll eine dezentrale Exchange irgendwie das den Behörden melden, weil da ja eigentlich keine zentrale Partei hinter steht irgendwie? Also es sind immer noch sehr, sehr große Fragen, dass auch wenn es hier irgendwie am 21. Juni schon hier vermeldet werden soll, da sind auf jeden Fall noch mehr Fragen als Antworten im Raum. Dann wird halt auch immer noch davon gesprochen, welche Risiken es natürlich durch die Kryptobranche gibt und durch Bitcoin. Erstens Risiken für Verbraucher und Investoren, etwa durch Pyramidensysteme, Ponsies, Shitcoins, Dreieckkonstellationen und Betrugsmodelle, Geldwäsche, wie gesagt schon und Terrorfinanzierung, das sind immer die drei Paradebeispiele für Gründe, womit die Regierungen dann kommen und versuchen, das Ganze dann in die Wege zu leiten. Ob es dann wirklich dann, wie gesagt, diesen Effekt hat, den sie dann haben wollen, ist natürlich die Frage. Mich würde mal deine Meinung zu diesem Thema interessieren. Schreib es mal gerne in die Kommentare, was du davon hältst, ob es wirklich Sinn machen würde, so eine Regelung durchzuführen und durchzusetzen. Das war auch schon das Video für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, lass gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal und komm auch in die Telegram-Gruppe rein beziehungsweise in den Bitcoin und Krypto News Channel. Dort poste ich täglich neue News rein, um auf dem Laufenden zu bleiben. Kannst du gerne da reinkommen. Den Link dazu findest du entweder in der Videobeschreibung oder unten als Kommentar. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. wie geht's dir?